Musik Dann ist die Rennsaison hier am Sachsenringen eröffnet. Da ist richtig Spektakel angesagt in diesen Einheitschassis aus dem Hause Tattoos. Musik Während Teamkollege Tim Zimmermann von hinten noch kommt, jetzt weiß er gar nicht in welche Richtung er verteidigen soll. Musik Das ist der Kampf um die dritte Position. Wer wird mit aufs Treppchen steigen? Musik 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 Und grüne Flagge, der bleibt bald gleich mal stehen vorne am Start. Musik Musik Jory Maaßen auf drei muss sich den Angriffen von Tim Zimmermann erwehren. Musik 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 Musik